Die Hypoxy Methode bringt ihre Figur in Form. Zielgerichtet, sichtbar und ganzheitlich. Hypoxy. Eine Freundin hat mir ganz begeistert davon erzählt und deswegen habe ich selbst gleich mal ausprobiert. Und ich muss wirklich sagen, die Hypoxy Methode ist anders als alles, was ich vorher kannte. Auch die Moderatorin Annika Kipp hat das schon ausprobiert. Es kommt so ein Unter- und Überdruck zustande. Es fühlt sich ein bisschen komisch an am Anfang, man denkt sich, oh Gott, da quetscht irgendjemand meine Beine. Dabei ist es einfach nur der Druck. Aber es ist hervorragend. Am Ende fühlt man sich ganz leicht, als würde man hier rausschweben. Das ist ganz toll. Die Hypoxy Methode kurbelt den Stoffwechsel an. Anders als beim Joggen wird mein Körper an den Stellen richtig warm, wo er vorher oft kalt war. Anscheinend kann dadurch das Fett an den gewissen Stellen besser abtransportiert werden. Dann nehme ich genau da ab, wo ich abnehmen wollte. Vor kurzem haben wieder Mediziner des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf in einer weiteren wissenschaftlichen Studie die Wirksamkeit von Hypoxy bestätigt. Für die Hamburger Studie wurde konventionelles Training mit der Hypoxy Methode verglichen. Das Ergebnis? Ein Abbau von Körperfett in den klassischen Problemzonen gelingt mit der Hypoxy Methode wesentlich besser als mit einem konventionellen Training. Wichtig beim Abnehmen ist ja auch, dass man nicht nur schnell an den richtigen Stellen abnimmt, sondern auch von Anfang an Haut und Bindegewebe regeneriert. Und deshalb ist in die Hypoxy Methode ein ganz spezieller Massageanzug integriert, der von Anfang an dafür sorgt, dass die Haut schöner und straffer wird. Ein Geheimnis der Hypoxy Methode ist auch die persönliche Betreuung. Nach einer intensiven Figur- und Stoffwechselanalyse wird dann ein ganz individuelles Behandlungsprofil erstellt und der Hypoxy Coach begleitet Sie dann auf dem Weg zu mehr wohlbefinden. Hypoxy geht einfach sehr schnell. Ich bin natürlich auch eine Faule, ich habe nicht viel Zeit, ich bin viel im Berufsleben unterwegs und eingebunden und es fordert mich eine Stunde, eine Stunde jede Woche und das schaffe ich. Wenn auch Sie gesund und nachhaltig Ihre Figur verändern und Ihren Stoffwechsel verbessern möchten, dann lassen Sie sich individuell und unverbindlich über die Hypoxy Methode beraten. Alle autorisierten Hypoxy Studios finden Sie im Internet unter www.figurdesigner.de oder rufen Sie jetzt an unter 030 440 30609.